Physiologie. Physiologie ist die Lehre von der Natur des Körpers. Physiologie heißt eigentlich Naturkunde. Physiologie ist aber heute ein Teilgebiet der Biologie und der Medizin und beschäftigt sich mit den physikalischen und biochemischen Vorgängen aller Lebewesen. Man könnte sagen, die Anatomie ist die Lehre von den Organen des Menschen und die Physiologie ist die Lehre von der Funktionsweise der Organe. Die Physiologie beschreibt also, wie Organe funktionieren und auch wie verschiedene Organe miteinander zusammenwirken. Die Physiologie will erforschen, wie gesundheitliche Prozesse ablaufen. Die Physiologie kann sagen, wann gesundheitliche Prozesse eben nicht mehr gut funktionieren. Physiologie kann auch sagen, wie bestimmte Dinge auf den menschlichen Körper wirken. Zum Beispiel kann man sagen, Yoga hat bestimmte physiologische Wirkungen. Die kann man auch beobachten. Die Wirkung von Hatha-Yoga ist physiologisch erklärbar. Physiologie sagt zum Beispiel, dass der menschliche Organismus nach Gleichgewicht strebt, also in Homöostase strebt. Und so gibt es verschiedene Regelkreise, die dazu führen, dass der Mensch auf verschiedene Reize der Umwelt reagieren kann und dass er in sich immer wieder zur Harmonie kommt. Und man könnte sagen, Yoga hilft, dass die Homöostase-Fähigkeit des Organismus gestärkt wird. Das Yoga hat verschiedene Reize für den menschlichen Körper, die dafür sorgen, dass der Körper besser sich selbst regulieren kann. So wird manchmal eben Yoga als Homöostase-Training bezeichnet. Oder auch anders ausgedrückt, Yoga verbessert die Resilienz. Yoga verbessert die Funktionsweise von physiologischen Prozessen, dass der Mensch bei Reizen und bei dem Aus-dem-Gleichgewicht-Kommen durch verschiedenste äußere und innere Faktoren zügiger, wie der sein natürliches Gleichgewicht findet.